Mouhaha, und nein! Oh, ich wollte grad schon... Ha, trotzdem noch geschafft. Äh, ja, weiter. Oh, hast du zur Hölle? Okay, da oben ist das Bandage. Mal sehen, ob ich da irgendwie rankomme. Da ist der Schlüssel. Oh, okay, das wird... Wies! Und ich hab's nicht mehr geschafft zu springen, shit. Ähm... Hä, wie soll ich denn da rankommen? Da muss ich ja... Oh Gott! Oh mein Gott! Das wird ein Spaß! Ja! Nein! Nein, 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 so ein Shit! An das Bandage da oben komm ich, glaub ich, nicht ran. Das wäre dann ein schön... ganz schön schwieriger... Na ja, Weg, sag ich mal. Nein! Das war doof! Boah, das war knapp! Das war dumm! Hm... Schlüssel! Komm runter! Wart auf dich! Jetzt rennt! Ihr kriegt mich nie! Och, komm! Oma! Da bin ich ja sogar schneller! Nein, da ist mein Opa sogar schneller! So! Oh! Ah, ich glaube, ich weiß wie, da hätte man da oben rausgekommen und dann... Ja, stimmt! Ach, so wäre man da sowieso erst angekommen! Hm... Hm... Ja! 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 Okay, Leute! Ich lasse es doch, das ist mir zu anstrengend! Ähm... Naja, will ich noch nicht! Ich mach erst noch zwei anderen Levels! Wieso ist alles so winzig und wieso ist alles so verdammt schnell auf einmal? Hä? Achso, okay! Verstanden! Verstanden! Geh doch weg! Das war ding! Wieso? Mano. Wieso springe ich immer rein? Das ist die Frage. Und wieso geht immer meine Stimme so hoch? Das ist die Frage. So, hier kriegt mich das Ding diesmal aber nicht. Oh, noch so ein Festteil. Schön. Geh rein. Oh, toll. Schön. Oha. Was bitte? Spring. Oh, Mano. Spring, spring, spring und ja. Nein! Ach, da ist ja so ein Ding. Das habe ich gar nicht gesehen. Komm ich da rein irgendwie? Ne. Schade. Hey, aber wie soll ich denn das machen? Nein, shit. Nein, shit. Nein, shit. Hä? Ah, okay. Ich habe mir was überlegt. Das könnte vielleicht klappen. Ich habe es voll auf sich selber gelenkt. Das Ding hätte explodieren müssen. Das ist doof. So, ich mag das nicht mehr. Hä? Ich habe es nicht verarscht. Ah, okay. Da oben. Oh, was? Och, Mano. Geh weg. Geh doch. Was bitte? Ey, voll rein. Gehst du mal schneller auf? Ey. Dieses Oma-hafte Ding ist doof. Okay, das war fies. Wieso? Okay, Leute. Zeitraffer. Okay. So, okay, Leute. Das war ganz schön fies. Guckt euch das an. Es regnet schon wieder, Meep-Boys. Oh, mein Gott. Den Rief, der will ich nochmal sehen. Okay. Okay, bis hierher. Und... Obwohl, habe ich die eigentlich die Zeit geschafft? Nee, ich glaube nicht. Weil diese Oma-hafte Tür zu langsam aufging. Okay, weiter. Es gibt ja nur noch den Boss. Brownie? Ich kämpfe gegen einen... ...Keks? Nee, gut. Brownie sind keine Kekse, aber... Egal. Einfach weiter. Jetzt kommt wieder eine lustige Videosequenz. Lass, Meat Boy! Äh, und... Bandage Girl! Und... Rette sie! Rette sie doch endlich! Sitzt der auf dem Klo? Der sitzt nicht ehrlich auf dem Klo, oder? Doch! Oh mein Gott! Ich habe das Gefühl, ich muss gegen einen, äh... Wie nennt man das? Abflussraum und zerkämpfen. Ja, ist doch gut! Ah ja, die Videosequenzen sind lustig. Panicke Musik! Oh mein Gott! Zombie Brownie! Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst! Was macht der jetzt schon wieder? Was ist das? Ich muss voll draußen sein. Oh, es ist ein Rennen. Kann mich da nicht umbringen, aber... ...es ist ein Rennen. Und ich werde gewinnen, Muhahaha. Nein! Shit! Ah, so einfach ist es gar nicht. Naja gut, bis hierher war es gerade einfach. Die Musik ist genial. Hä? Wie soll denn der Sprung mit dir gehen? Ich habe da eine Theorie, aber... Schneller, schneller! Nein! Meine Sprung, das ging nicht so ein Shit. Äh, da, da, da! Nein! Ja! Okay, und jetzt? Ja! Wusste ich's doch! Oh! Puh! Puh! Nein! Oh! Ich habe's nicht mehr tun!